Telemachus, auch Telemach, ist im altgriechischen Mythos der Sohn des Odysseus und der Penelope. Mythische Lebensgeschichte Telemachus war bei der Abreise seines Vaters Odysseus zum Trojanischen Krieg noch ein Kind. Herangewachsen erhielt er von Athene, die ihm während seiner Jugend in der Gestalt des Mentor zur Seite stand, den Rat, bei Nestor in Pylos und Menelaus in Sparta Erkundigungen über seinen Vater einzuziehen. An letzterem Ort erfuhr er, dass Odysseus noch leben könnte. Auf der Rückfahrer von Pylos nach Ithaka entging Telemachus von Athene gewarnt, einem Mordanschlag der Freier, die von der Insel Asteris aus einen Hinterhalt planten. Nach Hause zurückgekehrt, traf er bei dem Schweinehirten Eumai aus seinen von Athene in einen Bettler verwandelten Vater. Dieser gab sich ihm zu erkennen und Telemachus stand ihm hierauf bei der Tötung der Freier um Penelope bei. Telemachs spätere Geschichte wird verschieden erzählt. Nach der Telegonie werden er und Penelope nach dem Tod des Odysseus von seinem Halbbruder Telegonos nach Aia mitgenommen. Wo ihn Kirke zum Mann nimmt und Telegonos Penelope heiratet, Kirke schenkt Telemach und Penelope die Unsterblichkeit. Nach einer anderen Sagentradition, die zum Beispiel Hellanikos wiedergab, reist Telemachus zu den Verjagen. Wo er sich in Nausicaa verliebt und diese Ehe licht, die beiden Zeugen den Petolipothos, nach anderen Quellen Persepolis. Laut Hesiod ist Persepolis jedoch einer Ehe zwischen Telemachus und Nestas Tochter Polykaste entsprungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017